Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight Schön, dass ihr es angeschaltet habt Es ladelt Uuuuh, er ist nütter der Qual Sollte ich ein bisschen angeschaut, dass ich hier bin Ja, jetzt kommt aus dem Bett gekommen Ich bin einfach immer noch ein bisschen müde Kann schon laufen Guck Da Sollte Genau, und unser Nachbar muss es natürlich irgendetwas schneiden. Können wir noch hören? Vielen Dank, Herr Nachbar. Ich werde den Film reingehen. Schreibt es mal in die Kommentare, soll ich das nächste Mal an Kinder oder überlegen wir sein, schreibt es in die Kommentare. Oh, okay. Oh, shit. Oh, shit. Oh, ey. Oh, oh. Spray jetzt. Ja, what ist? Men das schütte ich lekt da. Oh, ne so bat. Kann ich mich geben? Okay. Ich weggle. Es packt. Jetzt bin ich plötzlich im Keller. Ah! Und ich sitze. Jetzt geht es nicht mehr. Schluchtversuch! Das sieht aus. Das ist schon vorbei. Jetzt habe ich keinen Kopf. Ich habe keinen Kopf. Oh, das sieht aus. Das ist schon vorbei. Jetzt habe ich keinen Kopf. Ich habe keinen Kopf. Oh, das sieht aus. Ich bin jetzt tot. Vielleicht kann mich jemand... Das ist gut. Klar, okay. Auch nicht geopfert. Dann schau mir mal noch zu. Dann schau mir mal noch zu. Vielleicht rede ich. Das ist auch eine ganz schlechte Idee. Ich bin gerade geschloss. Ich bin gerade grüß. Das ist auch eine ganz schlechte Idee. Ich bin gerade grüß. Ich bin gerade grüß. Wärme. 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 Schreibt es mal in die Kommentare, soll ich jetzt Killer sein oder soll ich überlebender sein das nächste Mal? Schreibt es mal in die Kommentare. Hier ist ein Generator, rechts, rechts ja gut. Schreibt weiter. Weiter. Gut, jetzt verkackt. Gut, jetzt kann es wieder weg. Und das schafft ihr. Oh! Oh! Oh, das ist wieder der Ausgang. Oh, das ist wieder der Ausgang. Oh, das ist wieder der Ausgang. Der läuft jetzt aber nicht zu ihm, oder? Der kennt ganz gut hin. Der kennt ganz gut hin. Ah! 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 Ein, ein Sekunden! Das ist die Schöne! Mein Freund, in diesem Sinne machen wir mich auf Abschiden. Wenn es euch gefallen hat mit dieser verpackten Folge, dann lasst mal einen Daumen und schreibt doch ein nettes Kommentar. Bis bald! Tschüss!